Hinderungsgründe sind Gründe, die einem davon abhalten, den Taktfir auf eine Person zu sprechen. Diese Hinderungsgründe sind vier. Das ist Al-Jahil, die Unwissenheit. Zweiter Hinderungsgrund, Al-Ta'wil, Interpretation. Du hast es so verstanden, so hast du es interpretiert. Dritter Hinderungsgrund ist Al-Khata, der Fehler. Und der vierte Hinderungsgrund ist Al-Ikrah, der Zwang. Das sind die vier Hinderungsgründe, die hauptsächlich von den Gelehrten auch behandelt werden.